Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS5. Ihr wisst schon, sogar fünf Minuten, in denen ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an! Starten wir direkt mit zwei Aufregern in die Woche. Denn die sozialen Netzwerke drehen mal wieder am Schnitzel und ändern ihre UIs, ihre Interface-Dinger und bringen neue Funktionen ein, die ein bisschen, naja, aufregen. Den Anfang hat diese Woche Instagram gemacht. Die haben jetzt unten für alle so einen kleinen Shopping-Reiter ausgerollt, wo man dann direkt zu den diversen Stores kommt, um genau das Zeug zu kaufen, was man auf Instagram-Bildern und sonst wo toll findet, was man liked, wofür man sich interessiert. Nervt zum einen, ich kann es natürlich verstehen, dass die da versuchen, Kohle reinzubringen, aber der Algorithmus dahinter funktioniert zumindest bei mir vorne bis hinten nicht. Und es gibt keine andere Plattform, wo ich so anfällig bin für Werbung, also diese Hochglanz-Werbung, nicht wo jemand vorne dann ein iPhone in die Kamera hält und hinten liegt dann das Android-Telefon, was nie vorkommt, denn es ist genau andersrum. Und zum Zweiten ist der, naja, was soll man sagen, Selber-Mach-Knopf, um neues Zeug, Bilder zu posten, ganz nach oben gewandert, irgendwo klein in die Mitte. Ich glaube, irgendwie anders kann mir Nutzer-Interface gar nicht sagen, hey, du bist ja eigentlich nur noch zum Konsumieren und eigenes Zeug machen, posten, ist irgendwie so zweitrangig. Aber hier, guck mal, ein neuer Store. Und das Zweite, wo ja Instagram so toll ist, was macht Twitter, kopiert die Instagram-Stories, nennt das Ganze jetzt Flitz und im Endeffekt habe ich jetzt Stories nur in viel schlechter, weil die Video-Qualität ist mies, die Kommentare, die Antwort und ich weiß es nicht. Ich will nicht sagen, ich werde alt, bitte keine Neuerung, das ja auf gar keinen Fall. Aber es sind so viele Sachen, die Instagram besser machen könnte, die Kommentare könnten da überarbeitet werden. Was ist? Nein, es wird hier Commerz, Commerz, Commerz gezeigt. Bei Twitter genauso. Was wollen die Nutzer seit Ewigkeiten? Editierbare Tweets und wenn es nur für 10, 15 Sekunden ist, um dann doch mal einen Rechtschreibfehler oder eine falsche Verlinkung richtig zu machen. Und was kriegen sie? Instagram. Und wo wir bei diesem Konsumzeug sind? Black Friday steht vor der Tür. Es wird die krasseste Shopping-Woche, die Weihnachtsangebote, hier kaufen, kaufen, kaufen. Wusa, Wusa. Ich komme euch jetzt nicht mit Affiliate-Links und sowas. Das Thema haben wir jedes Mal. Was ich aber nicht oft genug erwähnen kann, ist, nicht jedes Angebot, was da draußen gut erscheint, ist auch ein gutes Angebot. Schmeißt die Preich-Suchmaschinen an, vergleicht diverse Seiten und Angebote. Geht auf die, was weiß ich, Angebots-Schnäppchen-Vergleichsseiten. Und kriegt mal in der letzten Zeit, was davon auch gute Angebote waren. Deswegen nicht diese Spontankäufe. Und vor allem macht euch vorher schlau. Und erst mal klar, brauche ich sowas wirklich? Ich weiß, ich sehe das bei mir immer. Und dann, bevor ich dann auf kaufen klicke, laufe ich noch einmal um den Stuhl oder atme nochmal durch. Und dann deswegen auch da Wusa. Und vor allem vergleichen, vergleichen, vergleichen. Dann gab es diese Woche aber noch neue Hardware. Den Anfang hat Oppo gemacht. Und die haben das Oppo X 2021 präsentiert. Ein Konzept-Smartphone. Natürlich mit einem nicht faltbaren Display, aber ein Auszieh-Display. Da fährt dann das Gerät, es erweitert sich sowas. Genau das, wo ich ein großer Fan von bin. Was man oft in Sci-Fi-Serien, Filmen sieht. Wo dann die Leute hingehen und sozusagen dann die Geräte ausziehen. Und dann wird es einfach größer. Das, was Oppo jetzt gezeigt hat. Da geht das Display hinten auf die Rückseite noch. Und bei Bedarf zieht sich das so ein bisschen raus. Ist jetzt noch nicht so riesige Tablet-Größe. So weit sind wir bei weitem noch nicht. Aber ich finde es ein interessantes Konzept. Vor allem ist es mal wieder was anderes, als die ganzen, naja, vorne rum, hinten rum Faltdinger. Sondern eins, was zum Ausziehen. Wirkt es schon mal gar nicht mal verkehrt. Und dann haben wir da noch Realme, die ja Untermarke von Oppo sind. Wobei, da streiten die wieder ab. Und niemand von denen gehört ja zum BBK-Konzern. Die haben das Realme 7 5G vorgestellt. Da ist es gar nicht so interessant, dass die den Mediatek Dimensity 800U, der ja überraschend okay rüberkommt. Oder 120 Hertz Display. Nein, sondern dass die für einen Preis von 229, 230 Euro 5G anbieten. Warum erwähne ich das? Weil jetzt die letzten vier Wochen Xiaomi überall gerufen hat. Mi 10T Lite 5G unter 300 Euro. Und jetzt sind wir da schon bei 5G Richtung 200 Euro. Und dass auch da Bewegung reinkommt. Und ich weiß, auch bei uns ist 5G noch nicht wirklich so ein krasses Thema. So wie 5G bei uns ausgebaut wird mit den Bändern, mit den Ankerbändern, hat man da noch nicht wirklich die Vorteile. Und ich teste gerade sehr eifrig die diversen 5G-Netze. Und das ist ja so. Da, wo ich 5G habe, habe ich auch ein gut ausgebautes LTE. Und die ganzen Vorteile von 5G, die dann kommen sollen mit der geringen Latenz und was wir da nicht für Datenmengen irgendwann mal haben. Ja, ich weiß. Trotzdem freue ich mich natürlich, dass da der Fortschritt kommt. Und nicht nur bei den High-End-Geräten, sondern auch im unteren Preissegment. Und dann kommen wir schon zur Unterhaltung der Woche. Natürlich zockt jeder mit seiner PS5. Klar, ich lache jetzt, aber ich weiß so viele, die die Dinger suchen. Das ist ja mal so irre, 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 irre. Was ich aber als Unterhaltung der Woche habe. Natürlich gibt es neue Trailer zu Cyberpunk. Oh, und die haben ja neue Hardware-Specs rausgehauen. Was man da für welche Auflösung mit Ray-Tracking, mit Full-HD, 1440p in 4K, Ultra-Gaming braucht. Ja, ist so ein Latenzimmer ein bisschen höher geworden. Was ich aber sagen wollte, HBO, weil wir ja letztens noch Uncharted hatten mit Spider-Man als Ankündigung. HBO hat jetzt gesagt, ja, es wird eine The Last of Us Show geben, also eine Serie geben, was mich ja auch schön freut. Mein Highlight der Woche ist aber bereits das Lego Star Wars Weihnachtsspecial auf Disney+. Dauert so eine Dreiviertelstunde. Man hat diesen Trailer gesehen, auch ich habe gequietscht durch alle Episoden durch und Zeit. Und ja, schraubt aber die Erwartungen ein bisschen runter. Natürlich, die Lego Star Wars Fans, die gucken sich das an. Aber eigentlich viele besten Gags waren mal wieder schon im Tritten. Das ist jetzt eigentlich auch schon ein Spoiler. Ich will nur sagen, kann man sich angucken, gerade wenn man Disney Plus hat, aber die Erwartungen runterschrauben. Ich glaube, dieses Weihnachtsspecial, das richtige von 1978, das lohnt sich mir. Wobei das ja nicht mehr Kanon ist, aber das wäre wahrscheinlich noch schlimmer. Und weil es, ich sag mal so, ein schöner Tag ist, es gibt endlich mal ein neues QWERTY. Und die Tentakel-Leute freuen sich. Das soll es aber auch gewesen sein mit VTiers 5, Folge 471. Ist vorbei, euch einen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.